herzlich willkommen zu einer weiteren folge von verkocht und abgedreht und nein nicht nur irgendeine folge von verkocht und abgedreht sondern wir sind schon wieder in einer neuen küche in einer neuen küche irgendwo am meer irgendwo mitten in seeland und wir werden heute muscheln kochen und bevor wir die kochen müssen wir die einkaufen und wir kennen hier in der nähe ein kleines inselchen wo die besten muscheln der der welt angepflanzt werden wie heißt das gezüchtet werden und da fahren wir jetzt einkaufen ja dann abfahrt abfahrt so aufgibt zum muscheln kaufen muscheln kaufen warum gibt es denn hier die besten die muschel bänke sind ja in binnenmeer wenn man so will und von der von der see abgewandten seite die muscheln werden nicht so durchgeschüttelt wie wenig geströmt und wie ist das mit den mit den bärten früher war doch immer da musste man auch die bärte noch ja irgendwie haben die das aus dem aus den muscheln rausgezüchtet haben sie alle rasiert aus dann sagen außen und humor auch genau eigentlich alles edle der see wobei muscheln war früher arme leute essen ja klar quasi das schwein der nordsee ich habe noch nicht ganz raus woher das mit der muschelsaison kommt sprich also von september bis februar aber in den letzten jahren gibt sie schon vor dem september und nach dem februar die müssen sich ja irgendwann fortpflanzen das heißt die ob die anfangen zu poppen plak 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 aber wie hast du denn vor die muscheln heute zu machen mir schwebt vor so eine mischung aus holländisch und rheinisch wurzelgemüse und statt weißwein ein belgisches bier etwas dunkleres kräftiges leicht süßes bier ja ich bin gespannt das kann nicht schlecht werden so guck mal da vorne sind nämlich jetzt auch schon da jetzt wird eingekauft so was haben wir denn hier tropfende muscheln tropfende muscheln die sind aber ganz frisch was auch man erkennt dass die ganz frisch sind die riechen überhaupt nicht nach muscheln bevor wir uns darum kümmern machen wir uns ans ans gemüse das heißt wir machen unsere eigene version eine quasi eine rheinisch niederländische version von rheinischen muscheln ok wenn sie verstehen was ich meine selbstverständlich die größe dieses bretts reflektiert die größe dieses hauses überhaupt auch die küchengröße allerdings ist ein bisschen milder aber ich stehe total auf auf sellerie auf knollen so damit wir das gemüse vorbereitet muscheln kochen ist im prinzip ganz einfach die müssen nur heiß genug werden und das war's aber bei der vorbereitung muss man auch ein paar dinge achten wenn die kollegen hier also wenn die offen sind sind die entweder tot aber wenn man aufkloppt schließen die sich das ist ein sicheres zeichen dafür dass sie noch leben denn nur lebende muscheln dürfen gekocht werden so tragisch es ist und diese lässt das wasser jetzt laufen ich lasse das wasser laufen damit gaukeln wir ihnen vor dass sie noch zu hause in der nordsee sind kaputte schalen müssen natürlich auch weggeworfen werden wie diese zum beispiel so wir wenden uns nun mit dem herd zu wenn wir ihn in dieser küche finden wo ist denn er hätte ich habe den vorhin irgendwo unter einem handtuch gesehen hier in der ecke so wie immer lecker olivenöl die suppe die finde ich ja bei muscheln oft auch also nicht das geilste aber neben den muscheln es ist schon sehr geil vor allem wenn die wenn dieser muschelgeschmack da drin steckt gibt es fast nichts besseres entweder man ich kann das essen filmen oder du kochst ja wir hatten ja auch noch petersilien glaube ich irgendwann naja ja so petersilie schön grob gehackt hier haben wir jetzt ein bisschen krause ein bisschen glatte petersilie dem salz sind wir erst mal ein bisschen vorsichtig die muscheln sind ja schon selber leicht gesalzen durch die wogen so jetzt kommt der alkohol ich glaube wir brauchen noch ein bisschen bier eine flasche bier zwischen zwei personen das geht nicht so jetzt lassen wir das mal ein bisschen köcheln den alkohol raus köcheln und das gemüse weich werden lassen und dann zu guter letzt die kollegen hier sind jetzt einige muscheln wieder aufgegangen das heißt nur dass die nach wie vor unter uns weilen so jetzt kommt der große moment hier jetzt kriegen alle heiße füße jetzt kriegen heiße füßchen schnell deckel drauf mit die hitze drin bleibt was essen wir denn als beilage ein ekliges holländisches weiches brot ne ich habe aus der eifel ein bauernbrot mitgebracht so was sagen die muscheln ich hoffe nichts mehr ja das hoffe ich auch die sind auf so hast du Hunger ja oh boah das ist aber auch schon eine Menge für zwei Personen das ist schon recht viel ja aber das macht nichts aber nimm am besten den ganzen Topf mit zum Tisch ich habe Hunger ich hoffe es hat euch gefallen unsere Spezial-Special-Folge aus Seeland, Holland Mardet Jodt und Rote Dach Mardet Jodt und Rote Dach